Ihr seid Menschen, die einfach für diese Kirche stehen. Das heißt, wenn ihr Leute ermutigt, egal an welcher Position, hat das einfach Kraft in die Dinge, die euch auffallen, ihr aussprecht. Und wir gehen sowieso rein, sonst wärt ihr auch nicht hier dabei mit einem dienenden Herz und sagen, wir wollen damit helfen, dass die Kirchen vor Ort besser werden, dass sie Jesus danach mehr lieben. Und mein Wunsch ist, wenn wir dort wegfahren, dass wie zu einer Ermutigungsschneise hinter uns her gezogen wird und die Menschen einfach mehr Bock auf Jesus haben, mehr Bock auf Kirche, ganz egal was war. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir erstmal den ersten Stop in Wiedenest haben, in meiner alten Heimat. Und ich freue mich einfach darauf, viele neue Leute kennenzulernen und einfach denen weiterzugeben, was wir hier in München leben können. Ich freue mich auf jeden Fall. Das finde ich deswegen vielen Dank und ich lasse beten, ich mache es, ich bete einfach.